Der Winter kommt. Es gibt so viel, was man draußen machen kann. Und es gibt noch mehr, was man sich drinnen anschauen kann. Mach dich bereit für eine Spaßlawine mit den heißesten, albernsten, lustigsten, verrücktesten und coolsten Serien. Jede in ihrem eigenen Marathon. Die Bumerang Winterschatzkiste. Jeden Sonntag ab 10.35 Uhr. Nur bei Bumerang.